Der THW Kiel hat noch nie einen Punkt gegen Stuttgart liegen gelassen. Ändert sich das diesmal? Das ist die große Frage. Stuttgart noch ungeschlagen in diesem Kalenderjahr. Im Vorwärtsgang der Wurf vom Kreisläufer, aber die Parade von Mirkwar. Es ist eine ausgeglichene Anfangsphase, in der direkt ganz viel Tempo drin ist. Adam Lönn mit der 4-3-Führung für die Gäste. Kiel anschließend etwas Abschluss stärker. 10-8 vorn, aber Stuttgart bleibt dran. Erneut Lönn. Viel, viel Tempo in dieser Partie drin. Harald Rheinkind mit diesem Treffer. 11-10-Führung. Rheinkind am Ende der treffsicherste Kieler. Dann ist es ein weiteres Mal. Thomas Schmirkwar, der einen Wurf entschärfen kann. Trotzdem gibt es kurz darauf den Wechsel im Kasten. Bella Sen, der Europameister nun zwischen den Pfosten beim deutschen Rekordmeister. Kann hier aber den Einschlag nicht verhindern. Es bleibt eng. 24. Minute wieder Stuttgart. Da ist dann aber Bella Sen mit einer seiner Paraden. Die letzten Minuten dieser ersten Halbzeit. Ante Ivankovic, neu gekommen von Celja. Am Mittwoch das erste Mal mittrainiert sein erstes Bundesligaspiel. Er trifft direkt. Sein Bundesliga-Debüt feiert auch er. Luka Tschentscher, 20 Jahre jung. Heinevetter aufgrund von persönlichen Angelegenheiten nicht dabei. Tschentscher bekommt deswegen Minuten. Und macht seine Sache ordentlich, auch wenn er diesen Einschlag nicht verhindern kann. Rheinkind mit dem Tor zum 20 zu 18. Rhein in Durchgang Nummer zwei. Die ersten Minuten sind entscheidend, weil Bella Sen sich gleich mehrfach auszeichnen kann. So schafft es der THW Kiel auf 27 zu 20 wegzuziehen. Dann zeigt sich Stuttgart aber wieder mit viel Leidenschaft, mit viel Mentalität. Gehen sie zu Werke. Johansson auf der anderen Seite. Kiel spielt offensiv zumindest den Stiefel runter. Es ist aber eine echte Tore-Schlacht. Es laufen schon die letzten zehn Minuten. Das 37. Tor vom THW Kiel und Stuttgart weiß auch offensiv mitzuhalten. Beide Teams mit einer unheimlich hohen Quote in Sachen Wurfeffizienz unterwegs. Defensiv. Da waren die Vorstellungen ausbaufähig. Und so gibt es Tore en masse auch in den letzten Minuten. Das ist dann der letzte Treffer der Partie. Kiel gewinnt 39 zu 36 und feiert die nächsten zwei Punkte. Kiel. 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 Kiel.